Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Guck mal, was ich habe. Guck mal, guck mal. Hä, sowas habe ich auch. Ne. Ich mache dir die Schuhe, ne? Nein, Vergeude, nicht die. Ich tue die Schuhe jetzt hier rein. Ich will eigentlich noch mehr. Also gehen wir jetzt nach oben und holen wir die Stimme. Ähm, ich habe wieder 14 Level. Ja, richtig genau. Äh, komm mal her, Niklas. Ja. Das ist für dich. Ja, toll. Ein Unbreaking-1-Bow. Okay, dann freue ich mich. Sie schreibt einfach gar nicht mit uns. Was ist das denn für eine? Schreib mal Accordis. Mach mal Amboss, weil du hast das ganz eisend. Ja, ich habe das ganz eisend. Ich habe das extra schon mal rauskommt, um mir das jetzt direkt zu craften. Da ist die kleine Nutte. Oh, je, goi. Was? Ich habe sie denn, nenne. Ne, ne, äh, nenne. Hi, hi, nenne. Warte, nenne. Ja, du machst ein Ofen. Du machst ein Ofen, da machst du 20 die... Das macht keinen Sinn. Ist ja okay, ich stelle die anderen wieder auf. Wir haben sieben, die abatmen, wir können uns alle, können uns alles damit kaufen. Von Krankheiten. Alter. Uuuuh. Boa, wir brauchen, ich möchte jetzt so lange, ich werde so lange geschickt, wie ihr... Schickt ihr mir eure. Nope. Nope. Na, scheiß ich habe, ich habe ihr mal die Clis, bitte. Ich soll ihr die schreiben. Ne, ich habe die mal bitte nie, nie, man. Geh. Boah, ich hatte Bock auf dir, wird Schwerte eigentlich. Lass mal die auf dir Schwerte gehen und stelle auf und auf. Na ja, egal. Ich mache jetzt, ähm... Oh lol, ich bin ja richtig doof. Ach fuck. Na ja, egal. Einfach mal eine Proc, drei Hose machen, Alter. Machst du die jetzt? Ich will auch, ich will auch so eine gute Hose haben. Mach dir doch. Ja, aber nee. Könnt ihr nicht? Tö. Warst du auf Level 1 alles? Ja, wenn ich... Schütz 1, Explosionsschutz. Oh, ich bin so bescheuert. Hast du gemacht. Gebrochen hast du noch Zuckerrohr? Wahrscheinlich nicht, ne? Was hast du gemacht? Die Hose gerade auf Proc 1 verzaubert. Ich habe noch ein Proc 3 Buch. Du bist ziemlich intelligent. Ja, ne? Ich habe noch eine Kiste, oder zwei Erfahrungsstufen. Ach so, ob du noch eine Kiste hast. Ich habe Schütz 1 auf der Hose. Ist natürlich echt scheiße, ne? Also meine Rüstung ist die Rechte von denen, ne? Genau. Er wusste mal nur Schuhe da. Mann! Okay, ich habe bekommen entweder schutzsicher oder Schutz. Schusssicher ist scheiße, oder? Doch, schusssicher ist gut. Aber ich will Schutz haben, oder? Wir brauchen beides. Wir brauchen auch schusssicher. Ja, aber soll ich jetzt lieber schutzsicher oder Schutz nehmen? Ähm. Was kostet denn mehr? Nimm das, was weniger kostet. Ja, schutzsicher. Okay. Oh, schutzsicher 1. Ist natürlich richtig super. Ja, ja. Mann! Aber jetzt Schutz 1. Schutz 1, Schutz 1, Schutz... Schutz 2! Was für Schutz... Krass, ne? Ich will... Darf ich das Schutz 3-Buch benutzen? Nein. Wofür haben wir das Schutz 3-Buch? Was willst du Schutz 2 auf der Diamantbrust haben, oder was? Ja. Aber was mache ich dann? Ich will auch noch irgendwas haben. Wir brauchen halt echt noch Zucker, aber ich war gerade doof. Rückstoß, Schärfe. Was für Rückstoß, Alter. Ich will doch nur... Kann man überhaupt diese billigen Sachen bekommen mit weniger... mit wenig Level, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du weißt ja, was ich haben will, ne? Ne. Und mal beschwert. Eine Sache, die ich auch im Schwert haben will. Eine einzige Sache. Eine einzige. Es gibt nur Stärke 1, ich will keine Stärke 1 haben. 4, okay. Der, das ist der Gliederwüster? Das ist richtig kacke, das ist gegen Spinnen. Nein, ja doch, stimmt. Lass mir das mal rausgehen, ich hab keine... Da ist ein Ende, Beden. 2 sogar, lecker. Oh, ich hab keine Rüstung an, ich hab keine Rüstung an, ich hab keine Rüstung an. Jot, ich hoffe, du stirbst. Ich muss noch kurz meine Rüstung anziehen. Eigentlich Mull. Okay. Äh... Ich bin voll intelligent, Leute. Ich geh einfach... Deine Dia-Chessplate hast du an. Ja, ich hab keine andere, lass mich. So, mach dir eine. Ja, nö. Mach du mir doch eine, wenn du willst. Nö, du hast das Eisen, nicht ich. Okay, so, ich hab ein Inventar mal getäubert. Wie schlecht sind eigentlich Endermänner? Weiß ich nicht. Alter, warum kommen diese komisch kranken Geräusche? Wo kommen die her? Okay, lass mal hochgehen. Ja, lass mal hochgehen. Ich hab keine Ahnung, wo es rausgeht. Lass uns das echt mitnehmen hier. Lass uns das alles da reinnehmen. Ja, lass mal alles mitnehmen direkt. Komm, auch Team Team-Chess. Wir müssen die gesamte Team-Wie können sein, wenn wir die gesamte Team-Chess mitnehmen? Äh, wir müssen das aufteilen. Müssen wir, ja, okay. Oh Mann, aber ich hab... Okay, ich nehme mal eine Dia-Rüstung. Die ganzen... Dann nehme ich noch das hier und die Diaz. So, ich weiß nicht, was brauchen wir noch. Ähm, die Schwerter nehme ich mit, die brauche ich noch. Ähm, den Dene brauchen wir, den Cauldron brauchen wir und die Kohle. Und die Bücher. So, ich bin voll. Vielleicht sollte ich nicht komplett voll sein. Nimm mal die Bücher mit. Ähm... Du hast auch keinen Platz mehr? Leute, wenn du Müll hast, dann kannst du hier von nicht. Du kannst hier den Müll reinpacken. So, Cobblestone oder sowas brauchen wir zum Beispiel nicht. Äh, ich habe noch... Also, was ich noch habe, wäre, äh, verhäten. Das, was du gerade in der Hand hast, kannst du zum Beispiel wegschmeißen. Das brauchen wir auch nicht. Lederstein, Althesid. Okay. Okay, dann habe ich jetzt wieder genug Platz für die Bücher. Boom, boom. Blazerotts brauchen wir. Die Blazerotts noch. Und das Leder eventuell. Äh, ja, das Leder. Weiß, was ich einfach nicht mitnehme, dann... Weißt du, ich liegen lasse hier. Ja, ich lasse hier liegen. Was lasse ich denn hier liegen? Äh, das. Kommt. Aber haben wir jetzt... Haben wir noch Kisten? Äh, wir haben noch ganz viel Holz. Ich weiß gar nicht, wo es rausgeht. Ja, gut. Hast du, wo es rausgeht? Doch, hier müsstest du... Nö, eigentlich nicht. Hast du... Hast du wirklich alles sonst? Hier geht es raus. Ja, ich habe alles. Okay. Gut, Leute, wie wir sagen, hau ab hier, weil wir haben genug... Wir waren lange genug hier. Es geht hier raus, aber du baust dich jetzt selber noch um. Ja, mehr oder weniger geht es hier raus. Aber wir haben doch engst schon einen Weg gebaut, der noch umgeht. Ne, doch nicht. Ach, du hast es ja zugebaut. Nein, du hast dich hier so hässlich runtergebaut, wie Idiot. Nein, du hast... Du hast dich so runter... Du hast dich straight runtergebaut. Ach ja, stimmt. Ich habe ja keine... Ich habe doch alle bei den Blöcke gerade abgegeben, die dich bauen. Hast du alle Blöcke abgegeben? Ja, ich hatte sonst keinen Platz mehr. Okay, ich hätte vielleicht nur Lapis dazu die wegschmeißen können. Ach ja, hast du Lapis dabei? Ich habe zwei Sticks Lapis, ja. Ja, okay. Ich glaube, das reicht erst mal zwei Sticks. Und ich habe jetzt zum Glück deine Müll-Itemes aufgesammelt. Ich habe dir gerade Stein gegeben. Weil ich doch deine Müll-Itemes... Ufff, ich will dich am liebsten töten, aber es geht nicht. Hey. Mann, die ist ja gar nicht gut für Smalltalk irgendwie. Die will gar nicht mit uns reden, was ist das für eine... Was ist denn das für eine komische hier? kommst du? äh, ne, klasse ja, ich schiehe, äh, Farbus-Punkte, ja, weißt du oh, ich brauch wieder was zu essen ich hab nichts, was zu essen ich hab zwei Enderperlen jetzt jetzt ist es recht einer jetzt zwei Enderperlen jetzt irgendwie ist sie, eh, 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 eh Leute, Wasser ist flüssig jetzt hochschwimmen also das, das, hier kommt man nicht raus, ne? doch, kommt man okay, okay, komm, aha, kommt man raus, anscheinend ja, warte, ich sag dir wie jetzt kommen wir da raus du bist so ein schlauer Mensch, nicht? das ist halt echt nix, weil du in mir bist es regnet einfach guck mal, wo wir sind wir brauchen jetzt Sand, ne? wir brauchen jetzt Sand war doch hier ist überall Sand gewesen ja, ich weiß ich hab nur gerade nix, was ich wegschmeißen kann und das schmeiß ich äh, ja doch ist hier die Pyramide, oder die? ne hier ist Sand ja, ich weiß ich nehm das ja schon ich gucke mal gerade, ob hier vielleicht jemand in der Nähe ist was lustig wäre, aber ich sehe hier niemand warte, ich sehe hier den Spieler, da steht warte, der fängt mit k an, k, y, hä, wer ist das? oh, nein, da hinten ist Kim bist du denn jetzt, ach, da unten? nein, da unten ist Scream okay, das ist glaube ich nicht mehr lustig äh, ja, lass das Richtung Spawn gehen ja, dann geh doch auch ich eröffne meine Koordinaten nicht in dieser Folge ich weiß, ich hab da auch nicht offen aber ich weiß, ach so, du weißt es lass mal, lass mal bei Good Vibes gucken, ob die unten noch ihre Farben haben also ich lass mich wirklich zum Spawn auch gehen das ist jetzt hier, ne? ja, ja ja, gut ist doch scheiße hier ist der Spawn lass mal genau in die Mitte vom Spawn und lass mal Kim jetzt schlabulieren okay lass sie mal schlachten sie ist da gar nicht im Spawn, aber ja, wahrscheinlich ey, ja gut, wenn sie kommt, dann so, also die Team Good Vibes hat hier hinten irgendwo hier ist das Loch von Team Good Vibes ne, war ich heute schon so oft, ach man hier ist das irgendwo hier ist ihr sicher? es ist in einem dieser kleinen keine Ahnung, ich hab das ja nicht gesehen wo auf jeden Fall unten ne, das ist, das ist genau beim Spawn das ist genau beim Spawn warte mal das ist genau beim Spawn unten unterm Spawn? ja hier, hier lol hier ist das ja, hier war, hier war es mal hier war es mal wie, äh, ja die Farm krass pass auf, hier könnte ne Falle sein ja, ich wollte hier auf jeden Fall mal so Sightseeing-Tour mehr ich wollte nicht mal hier ich würd's gerne, dass das hier so voll die komischen Sachen sind dass man davon Spawn gar nichts brauchen und so eigentlich darf man die Spawn echt nicht verändern oh, das ist hier von, von Bad Vibes die Dingens Kiste ach man ok kann man die anzünden? nein sicher? ne, kann man echt nicht das wäre ge- oh, hier ist die Kiste, da sind, äh, Eisenbrust und so ein Eisenschwert-Rückstoß nice von wem ist die denn? die kann man aber auf jeden Fall reingucken ach, die sind tot, die sind tot oh, die haben noch Esmaragde gehabt die haben ansonsten aber nichts besonderes nimm mir das Eisen mit nimm das Feuerzeug mit äh, das brauchen wir echt nicht glaubst, dann brauchen wir auch nicht lapis nimm die Blazerod noch mit ja, ok hä, lol, warum witzig, ok soll ich ein Feuerzeug mitnehmen, ne ne, brauchen wir nicht aber weißt du, was ich mache? ich hab ja, ich nehm mal ich nehm mal die Schutz die Schutz- und Haltbarkeit-Brust mit und die Schutzhose aber guck mal, ich nehm diese Schutzhose lieber weil meine Hose ja, äh, gar nichts hat weißt du, macht ja Sinn und ich nehm die Dingens mit so, jetzt hab ich jetzt hab ich schon ein besseres Equip geil von nem toten Team besseres Equip gekriegt nice weil ich zieh meine, äh, ja ich hab ich will ja eigentlich meine Eisen- meine Dia-Rüstung gar nicht anziehen aber ich hab keinen Helm daher also kein Eisen-Helm bis wir kommt die jetzt? ne ne, wahrscheinlich nicht ne, ich glaube nicht was ist das für eine? naja, gut, dann halt nicht hier, genau, hier war diese Lava-Grube wo Greedy reingefallen ist hier wenn ich Sightseeing tue, wirklich, äh steh doch einfach, du scheiß Vieh aber hä, warum haben die das hier kaputt gemacht? ja ich hab Ehsen ich hab Ehsen hier, weil die Lava-Grube reingefallen ist ja da hat einfach eine Enderpelle verkackt und Gäppel gegessen wir brauchen, äh, Äpfel, ne? ja ja, dann lass mal Äpfel holen ja komm komm ich bin grad verwirrt egal, komm mit ich weiß auch nicht, wo der scheiß Wald ist wo ganz viel Eiche war keine Ahnung ist sie weg? ja sie ist gleich weg eine Minute noch sie ist gleichzeitig mit uns weg ja, aber das Problem ist, dann können wir sie nicht töten und halt vielleicht nimmt sie auch noch eine Folge auf nein ja, vielleicht sie sich halt irgendwie schon töten, so, weil sie ist allein und wir halt nicht und würde sie sich halt anbieten wäre schon lustig, ja schon okay, so dann würde ich es auch verkraften hier ist Eiche hier ist Eiche dann machen wir die nächste Folge wirklich nur wir gehen jetzt voll auf, äh Apfel, ne? ja ja, okay voll auf Apfel hast du auch noch so eine für mich? ein was? oder muss ich mir eine craften? ne, ich muss mir eine craften nein, ich schmeiß mir mal ein Holz her das ist kein ein Holz, das ist mehr oh ist sie jetzt weg? okay, so, ich bin runter ich auch ich glaube ja, das war's erstmal für diese Folge, ne? ja, genau, würde ich auch sagen ja, hat schon Spaß gemacht, Kim zu ficken, ne? ja, genau, war richtig nass hier wir sind ja gesehen und verachtet voll dir und sehen uns in der nächsten Folge tschüss 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 tschüss